Hallo und herzlich willkommen zurück zum deprimierenden Total War mit einem natürlichen Tod. Ja, Sparta heult wie ein kleines Kind, ganz ehrlich. Nein, ich habe gerade versucht, den Vater des Kindes oder so darzustellen. Spartaner heulen bei sowas doch nicht so. Naja, also... Die schmeißen ja ihre eigenen Kinder von irgendeinem Klipp. Also bei mir ist eine alte Dame gestorben, also alles gut, ja. Achso. Natürlicher Tod, ja. Gut, also Forschung abgeschlossen, bla bla bla, gut. Ähm, so, also, auf jeden Fall, ähm, was ich damit sagen wollte, herzlich willkommen zum, äh, Let's Play Together mit, äh, Jake als Sparta und mir als Seelokiden. Und, äh... Grüße gehen raus. Genau, grüße dich. An die Lady Zukunft. Genau. Und, äh, was lustig ist, äh, der Maskat hatte ja letzte Runde zwei Fullstack-Armeen in seiner, ja, in Maskat, also, genau. Und... Die eine davon haben wir gestern getötet? Ne, keine davon. Achso, ich dachte, das war gerade die... Ne, das, das war, das waren die Rebellen. Ähm, genau. Und, äh, das, das Geile ist, der hat beide Armeen, äh, rausgeschickt in Richtung meiner 212. Und dann hat er eine Armee wieder zurückgeschickt und jetzt steht eine 212. vor meiner, ne, eine, äh, Fullstack-Armee die Wüstenwinde, äh, vor meiner 212. Und ich glaube, wir werden jetzt endlich wieder eine Schlacht, ja, mitbekommen, Fullstack gegen Fullstack. Und das wird sehr lustig, ne? Wollen wir? Jo, auf jeden Fall. So, oh, ja, okay, ich hab, äh, ein bisschen Vorteil, aber, ja, macht ja nix. Jetzt siehst du auf jeden Fall meinen, meinen General, ne, und meine Armee. Ah, ich habe 30 Mann mehr als du. Ja? Da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 30 Mann! Ja? Schwöre dir, das ist dein Ende. Oh, oh. Ich mach's, ich hoffe, ja, warte, bin ich Verteidiger oder Angreifer? Du bist Verteidiger. Ich, äh, ich könnte ja auch sagen, dass du Angreifer bist, aber, ne. Ich bin ja dran, deswegen. Genau, ja. Und ich, ich weiß schon, wo du dich hin verziehen wirst. Auf einem fetten Berg. Ja, richtig, weil... I have the high ground. Ich hab zur Zeit so viel... Ich, ey, ich hätte so viel Witziges, so viel Witzigen oder Geilen, oder, keine Ahnung, kreativen Stuff, ähm, den ich so gerne irgendwie zeigen oder verlinken oder, keine Ahnung, was tun würde. Okay. Weil, es gibt jemanden, ich hab leider den Kanalnamen vergessen, aber könnt ihr, wenn ihr viel Zeit und Langeweile habt oder so, könnt ihr das mal selber googlen, I have the high ground song. Ähm, und es gibt so einen Typen, der hat, äh, mit Autotune die Stimmen von Anakin und so weiter, ähm, bearbeitet und einen Song da draus gemacht. Okay. Und es ist echt unfassbar lustig. Es ist so unfassbar lustig. So. So. So, jetzt halt. Was genau machst du hier? Verschuldigung! Verschuldigung! General! Geh gefälligst in deine Position. Schildwahl! Wie sieht das aus bei denen? Wahrscheinlich genauso aus wie eine Phalanx, oder? Ja. Ja, ungefähr. Zumindest am Anfang beim Stehen noch. Okay. Ich wäre soweit, Monsieur. Na dann, let's go. Okay. Okay. Also, die, die eine Klippe, da wo ich jetzt hinlaufe, das wäre so geil für, äh, Fernkämpfer zum Verteidigen. Äh, die, die Klippe quasi vor meiner Armee. Die wäre schon cool. Warte, wir, wir können eigentlich, äh, vorspulen. Bis ich bei dir bin. Oder willst du, äh, noch ein bisschen was ändern? Nö, nö. Ich hab gerade schon was geändert. Ich muss gleich gucken, ob das so passt, dann wie ich es mir vorstelle, oder ob die irgendeinen Mist machen. Aber, aha. Wen hab ich denn da? Ich scoute nur ein bisschen. Ja, ja, ja. Das würde ich jetzt auch sagen. So, okay. Also, jetzt würde ich gerne ein bisschen was ändern, weil das gefällt mir gerade nicht. Ja. Ach, so bist du. So bist du also drauf hier. Ja, so bin ich drauf. Sehr gut. Heute. Hm, hm, hm. Was ist jetzt mit dem... What the hell? Ich hab gar... Wie kann man nochmal Formationen auflösen? Ähm, in... Wie meinst du? Ich hab gerade aus Versehen ein... Ungefähr meine ganze Armee bis auf einen einzelnen Trupp als Formation festgelegt. Also unter dem, dass ich eins drücke und dann ist diese ganze Einheit ausgewählt oder halt alle diese Truppen. Aber das möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte diese Formationen wieder auflösen und ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ach so, ähm, das... Äh... Warte... Warte, warte, warte. Oh Mann. Ah, jetzt hat's, hab's, hab's, hab's. So. Und zwar hätte ich gerne... Euch... Hier. Weil da, wo ihr jetzt gerade steht, sollt ihr nicht sein. Dann hätte ich gerne... ...nix... Euch... Ja... Okay, ja, eigentlich ihr könnt meinetwegen da vorne stehen. ...bleiben. Oh. Ah, nein. Hier. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Euch hätte ich gerne ein bisschen... Ach so, warte, ich kann mich da... Hä, warum geht denn das nicht? Das bin jetzt aber... Bei dem Felsgrund. Ja, egal. Machen wir so. Geht das so? Ich glaube, ich bin zu nah am Rand der Map, deswegen geht's nicht. Ja, das Einzige, was halt... ...die ist an... ...Pell-Tasten, ist, dass sie so wenig Munition haben. Ja, aber die haut wirklich rein. Lol, du bist bei mir gerade ultra am Echo. Echt? Ja, und zwar richtig heftig. Echt, echt? Äh, bap, 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 bap. Ja, wirklich, extrem, lol. Was ist los? Okay. Gibt's irgendwie ein In-Game-Chat im... ...im Spiel, den ich gerade vielleicht aus Versehen aktiviert haben könnte, oder... Hm, eigentlich nicht. Hä? Vielleicht dann mit Discord. Ja, ich schau grad mal. Also, du bist bei mir ganz normal. Ja, du bei mir jetzt auch. Ich hab gerade das Spiel zugemacht. Jetzt bist du... Red noch mal. Ähm, ja. Nein, es muss eigentlich am Spiel liegen, irgendwas. Echt? Ja, weil ich bin gerade... Ich hab gerade den... ...den Tab vom Spiel geschlossen. Und danach... Dann war's normal. Aber... Jetzt bin ich wieder reingegangen und es echost du wieder. Okay, warte, dann... ...dann schau ich mal kurz. Hm. Hm. Komisch. Optionen? Gibt's da irgendwas? Sound? Voice-Chat. Voice-Chat. Ah, okay, okay. So, jetzt hab ich ausgemacht. Ja, ich hab auch ausgemacht. Ist jetzt wieder normal? Ja, okay. Ah, super. Okay. Okay. Sehr schön. Mit dem Gegner schön ein bisschen. Entschuldigen Sie, aber was tun Sie da hinten? Wohin? Ich weiß nicht, was die meinen. Da hinten! Was, äh, was tust du denn da? Äh, ich weiß auch nicht. Ich... Keine Ahnung, was das macht, aber es klingt cool. Also, ich weiß nicht, was das macht. Outro... ich habe wie gesagt keine ahnung was das macht aber es ist irgendwie bestimmt hoffentlich was tolles ja stimmt da war ja was pell tasten sie haben ja so viel weniger reichweite auch könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen hier es gibt es doch nicht und Ja, ne? Jo. Ich weiß genau, was du gerade vorhast und es gefällt mir überhaupt nicht. Was weißt du? Ach, ich weiß auch nicht. Möglicherweise die Tatsache, dass du gerade versuchst, mich zu kreisen. Was heißt hier versuchen? Good one. Oh, warte, ich habe eine voll gute Idee. Ich hätte auf meinem Berg bleiben sollen. Ja, hättest du. Ja, aber du musst zugeben, zumindest ist das mit der Quadratformation ein guter Zug gewesen, weil dadurch habe ich jetzt mehr Resistance in alle Richtungen hin und so. Ja, das stimmt. Ob es effektiver ist als eine Phalanx, aber... So, nehmt noch so viele mit wie gehen. Wo sind eigentlich meine Kamele? Die hast du platt gemacht, oder? Ja, ja, schon ziemlich lang. Ja, ja, schon lang, schon lang. Und was genau macht ihr da hin? Ich habe eine tolle Idee, was ihr jetzt machen könnt. Charge! Sie kommen noch nicht mal da und sind schon am Aufgeben, Alter, die komplette Einheit. Da sind keine, keine zehn Mann sind aus dieser Einheit gestorben und sie fliehen. Ja. Du hast aber auch so einen Lichtschuss gemacht, oder? Gerade. Signal-Dings, der einschüchtert irgendwie. Ne, habe ich gerade nicht, aber wahrscheinlich, weil der General gerade gestorben ist. Okay. Ja, keine Ahnung, weil bei mir hat gerade irgendwer, glaube ich, geschrien, Lichtschuss! Oder so. Deswegen dachte ich. Achso. Ha, du dachtest... Also, die können wir auch vorspulen. Jo. Spul! Schwul! Mein General ist gefallen. Ah, jetzt hat's. Gut, jetzt können wir aufhören. Den wollte ich noch bekommen. So. Warum das jetzt genau, bitte? Entschuldigung. Ich, ich, ich check das nicht. Nee, wirklich, also sorry. Ja, hier, Kamele, 44 Kills. Heftelig! Ja. Aber deine, ähm, deine Kavallerie war überraschend gut, ehrlich gesagt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die so viel von meinen Einheiten wegnimmt. Also, von meiner Kavallerie. Ja, meine Kavallerie war, wie zu erwarten, relativ schlecht eingesetzt. Genauso wie den Rest meiner Trüge, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil, äh, die Tatsache, dass ich, äh, die Tatsache, dass ich von dem Berg runtergegangen bin, war irgendwie schon. Ich hab mir gedacht, so, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, du gehst jetzt runter, gegen seine Einheiten, oder, du bleibst oben stehen und wirst gleich von der Kavallerie überrannt, von hinten. Und sobald dich die Kavallerie abgelenkt hat, kommen dann seine Truppen in deinen Arsch. Also, ähm... Ich hätte mich auch einigen können, so im Kreis stellen, oder so. Oder alle eben auch im Quadrat. Mhm. So, im Quadrat, in Quadrat. Weißt schon? Ja. So, und dann, äh, mit dem General in der Mitte, aber dann hättest du mir halt von allen Seiten mit den Bogenschützen in den Rücken geschossen. Ja, ja. Also, schwer war, äh, das, ähm... Also, ich, ich wüsste auch nicht, wie ich's anders gemacht hätte. Also, ich hätte nicht, ähm... Du wärst nicht vom Berg runter. Das war eigentlich auch blöd, weil sonst hätten, zumindest deine Infanteristen hätten dann ein bisschen Ausdauer verloren. Noch den Weg? Also, vor allen Dingen, also, ich hätte nicht ganz, äh, ich wär nicht ganz vom Berg runter gegangen, ähm... Sondern nur ein Stück. Sondern, genau, äh, wenn ich halt auf der Hälfte gewesen wär, dann hätte ich angegriffen. Ja, das Problem ist, bei dem, äh, bei diesem Berg, das war irgendwie komisch, weil ich konnte meine Truppen nicht ganz an der Kante vom Berg, äh, positionieren. Ja. Also, es ging wirklich einfach nicht und das fand ich ein bisschen bescheiden. Ja, das... Ja. Weißt du, wenn du aber halt auch mit einer... Eins, Zwo, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben, Acht Sterne Armee ankommst. Ja, naja. Alter. Level-Acht-Armee. Was falsch bei dir? Naja, die... Die ist seit... Anbeginn der Zeit hier. So, warte, ich, äh, mach mal das, äh, automatisch jetzt. Weil, äh, ja, das ist noch der Rest von der... Von dem Wüstenwind. So. Der Wüstenwind vergeht. Ja. Genau. Hm. Das Problem ist, jetzt muss ich eigentlich meine 212. zurücktun, weil... Wegen zwei... Zwei Pferden. Oh. Ja, jetzt, jetzt... Du musst noch akzeptieren. Äh, ähm... Akzeptieren. Weniger lachen, mehr akzeptieren. Meine Akzeptanz ist quasi grenzenlos. Ja. Okay, ich, ich schicke die nochmal kurz zurück. Schön in die Stadt rein, ein bisschen regeneraten. Eiten. Eiten. Und dann komme ich mit der 501... 702. Oh, ja, ja. 702.543. Warte. Wolfpack geht jetzt auch Richtung Zobber. Und was machst du? Hier brauche ich einen geweihten Boden. Ach, krass. Ähm, in... Was sagst du? Ähm, in... Mir hat jemand einen Instagram-Post geschickt, deswegen lache ich. Ach so. Hey, bist du nicht bei der Sache hier? Nee, ähm... Doch, ich bin voll bei der Sache. Ähm... Ja. Nee, in Marib, äh, gibt's ein Gebäude, was eben nur, ähm, von den Zobber, ähm... Ähm... Benutzt werden kann, aber ich kann das nicht, äh, abreißen. Das ist, äh, ein großer Dampf von Marib. Und das ist, ja, eine sanitäre Anlage. Und macht minus 100 Wohlstand und plus 2 Wachstum und bla. Aber das kann ich ja nicht, äh, abbreißen. Das ist eigentlich lustig ist, das ist so ähnlich wie bei mir mit den Pferdeställen in Larisa. Weil ich mir so denke, ich bin Sparta, ich werde diese Pferde nie brauchen. Ja, naja, also, äh, du bist halt, ähm... Ich nicht, also, ich meine, es gibt Leute, die spielen mit Sparta Pferde und, äh, sollen sie, aber ich benutze wenig Kavallerie allgemein. Kavallerie ist überhaupt nicht mein Ding. War auch beim Schach früher schon so, der, irgendwie, der Springer war nie meins. Also, ich weiß, du hattest es immer mit diesem Springer und ich, also, ich war der Tour, Alter. Ich war der Tour. Geradeaus. 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 Rheider. So. Kulturelle Unterschiede. Ja, oder Wolfpack kommt jetzt nochmal, geht nochmal zurück. Ähm... Gravitas. Macht pro Runde für eure politische Partei. Ähm... Boah, wahrscheinlich weißt du das auch nicht, aber, ähm... Bei dem General von meiner 501., ähm... Das ist halt ein General von der feindlichen Armee, äh, von der, äh, anderen Familie. Feindlichen Fraktion, ja. Genau. Und, äh, hier hab ich ein Skill, den, der Vorbild. Und, äh, da ist eben, ähm... Genau, also, äh, so alles bla bla. Und da gibt's, äh, plus eins macht pro Runde für eure politische Partei und nicht für die politische Partei der, des Generals. Das ist witzig. Also, ich würd' es jetzt so interpretieren, dass der mich mag. Du Macht bekommst und der dich pusht. Genau, weil ich ihn so, so hoch pushe eigentlich, ne? Also, klar, der, der bekommt ja dann auch noch einmal Gravitas pro Runde. Ähm, aber der, der mag mich dann. Äh, ich, ich teste es einfach mal aus. Ja, weißt du, ich hab mir überlegt, wenn ich meine Sparta-Kampagne dann irgendwann mal zu einem Ende gebracht habe, dann, also meine private, dann werde ich wahrscheinlich einen von diesen Germanen-Stämmen so spielen. Ja, die sind auch sehr interessant. Was ich mich dann frage, wenn die Fraktion, die du spielst... Mhm. Ah, ne, warte, aber bei den Ägyptern und so ist ja auch so, dass sie dann immer diesen ganzen Akzent haben. Ja. Heißt, sie behalten dann schon diesen Akzent, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Weil ich find's lustig, dass so die ganzen Römer und Griechen und so sprechen ja die meisten relativ, also, ich sag mal, das normale Deutsch so. Ja, so, so, ja, mehr oder weniger hochgestochen, sag ich mal. Ja, genau. Und dann die ganzen Germanen-Stämme so mit diesem... Ja, genau, dem richtig krassen, arge Rolle, alter Schü. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist... Das stimmt. Und die sind ja auch wirklich nicht so nervig wie die Germanen, also, die nerven schon echt. Ja, also bei den Germanen find ich schon... Am besten find ich, wenn eine Frau so synchronisiert ist, da kratze ich ja immer fast. Eine Frau mit diesem Germanen-Slang in dem Spiel, Allah, da hört's bei mir auf. Ja, das stimmt. Also gibt's auch, gibt's auch manche, wo ich mir denke, da ist es richtig extrem und manche, wo ich mir so denke, ja, okay, meinetwegen. Mhm. So, äh, kann man schon machen, wenn man gern möchte, aber, ey, bei manchen ist es wirklich so, wo du hier so denkst, so, was? Das stimmt halt echt, ja. Seid gegrüßt, mein Freund. So. Wie lange dauert das hier zwei Runden nicht gesagt? Ich bin gleich fertig und da machen wir auch wieder die Runde vorbei. Dann machen wir auch was? Ähm, ich bin hier gleich fertig und dann ist die Folge auch wieder vorbei, meine ich. Ist die Folge zu Ende und dann... Ja, und dann mach mal, mal schauen. Weiter. Gut. Dann zocken wir. Ich bin für weiter. Okay, dann zocken wir weiter. Also, dann bedanke ich mich. Wollen wir was schaffen heute? Wir wollen ja was schaffen heute. Ja, mach mal. Äh, das muss man ja ausnutzen, wenn man Zeit hat. Richtig. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's wieder mal gefallen und, ja. Bis zum nächsten Mal, gell? Ciao, ciao. Tschüss, boys. Tschüss, alles. Tschüss, alles. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020